Hallihallo allerseits und ein fleißig schnelles Zurückkommen. Da hatte ich jetzt kein Nerven mit denen noch komplett anzulegen. Achso, erst einmal hier. Werden jetzt noch drinnen. Nehmen wir mal alles raus hier. So, dann. Achso, das ist hin. Da. Zack, zack, zack. So, das da hin. Dann. Hier nicht sogar irgendwo eine. Ja, auf Level 4. Können aber schon Level 6. Dann können wir eigentlich genauso gut. Geschmiedetes Eisen, Leder, mechanische Parts, Klebeband. Klebeband, mechanische Parts. Wo sind sie? Elektrische Hütter rum. Kleber. 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 handelt. imbus. Kleber. Kleber! Kleber. Kleber. Wer macht also characterized? Okay, dann können wir besser noch weiterhin gehen, dann müssen wir da mal einen neuen von erstellen, ne. Den packen wir als Reserve jetzt mal hier rein. Dann können wir die beiden zerlegen. Dann können wir die hier auch mal, ne. Ja. So. So, wenn wir irgendwie so ein, zwei Stücke als Reserve haben, dann geht das ja, aber man braucht es jetzt irgendwie auch nicht übertreiben. Steinpfeile da in den Reihen. Achso, ich habe Stahlpfeile, ne. Komm, dann auch erstmal da. Quatsch. Da rein. So, die mechanischen Parts und so, das kann ich eben alles rein. Zement, zack, danke. So, tausend Zement. Wo sind wir so stark wie die anderen? Ja. Zack, mal hier. So, Betonmischung. 600. Und da nochmal, zack. So, die schon mal raus. Die hier schon mal raus. Gut, geht doch so langsam was. Äh, die muss ich da nochmal reinpacken. Zack, zack. So. 400. Dann haben wir ein paar. Bolzen. Stahlbolzen. 300. 300. Na, wir machen jetzt mal nur 250. Ein Stack so gesehen. Ach, die können ja auch mal hier mal so ein paar Dings machen, ne. Gewählterladen aus dem Mittelalter. Für 6-Jährige und Älter. Dann bräuchten wir Klebeband und Schießpulver. Ich mein, Schießpulver was sie nicht haben, da haben wir einiges von. Aber ich glaub, Klebeband wird eher das problematisch, ne. Und dafür brauchen wir Kleber. Gut, Kleber können wir mit rober Knochen und trübes Wasser noch herstellen. Die Frage ist, ob sich die großartig lohnen. Da werden natürlich alle da anrennen kommen. Denk ich mal, wird das nachher schon Sinn machen, ne. 6-mal Kleber hätten. Ach ne, ja doch, Kleber. Und dann Stoffhetzen. Reuchten wir. Knochen hätten wir auch noch eingehlt. Was haben wir hier sogar noch? Jo. Dann komm mal her. Ach, Quatsch. Dann machen wir so. Kleber. 45 könnten wir machen. 30 Stellen. So, zack. Das haben wir jetzt schon. Guck mal, ja, wir können mal mal hier. Komm, pfeifen wir uns hier mal schnell. Da haben wir jetzt ein schönes Spiegelei rein. So, jetzt werden wir mal hier schon anbordig. Fertig. Gut. Ist die Armbrust schon durch? Jawohl. Guck an. Das sieht doch schon anders aus. Brauchen wir ihn da zum reparieren. Ach, auch hier. Äh. Äh. Komm, das lassen wir jetzt mal. Äh. Wo waren noch mal Werkzeuge drin? Quatsch, die waren ja da, ne? So, den Erdbohrer, wir sind hier rein. So. So machen wir uns jetzt mal auf die Teilung. Dann hauen wir uns hier jetzt in einmal ein Stückchen rein. So. So, hier den Kleber schon mal wieder. Klebeband nochmal fertigen. Oh, da können wir uns gleich wie jetzt ein paar schöne Sprengbolzen herstellen, ne? Das ist doch schon mal etwas. Hm. Was war unser Zement hier? Da gibt es hier auf die Betonmischung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Räuft ja langsam. Zement gleich schon mal wieder hier anschmeißen. Zack. 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 Die gleich wieder an hier. Geht voran. Den wollten wir jetzt eben jetzt zerlegen. Bogen. Ups. Man sollte auf Bogen schauen, ne? Quatsch. Mein Pferd-Team. So, jetzt haben wir auch einen 6er-Bogen. Zack. Stahlpfeile. Also 65 Stück. Ja, ich kann nur noch 66 machen. Ja gut, dann machen wir jetzt mal 50. Kleber mir. Hier kommen wir drauf. Kleber rein. Das rein. Ich habe nicht nur noch einen Kupfer. Da wurden wir noch einen Kupfer. Ich habe mir noch einen Kupfer. Das ist ein Kupfer. Und das ist ein Kupfer. Oh! Der ist nicht nur noch ein Kupfer. Das ist nicht nur noch ein Kupfer. Oh, Scheiße. Tag 56. Es wird ja ernst. Wir müssen Gas geben. So, was sagen unsere... Was wollten wir überhaupt? Achso, hier. Da. Schiesepulver. Bolzen. Da. Sprengbolzen. Achso, wir müssen links machen. Da muss die Sprengbolzen. 15 Stück auf jeden Fall im Fertigen. Okay. Fündmunition. Koba, Schroetschiespulver und Papier. Wir haben allerdings überhaupt kein Papier mehr, ne? Was ist denn da mit Papier? Boah, brauchen wir auch Kleber? Okay, dafür mach ich das an. Dann tue ich jetzt mal hier das Geld zerlegen. Dann kriegen wir da wenigstens ein bisschen Papier für. Das hier zum jetzt nachher sonst alles zu eng zeitlich gesehen. Na, dann ist es soweit. So, in fünf Minuten. Okay, na gut, dann können wir auch jetzt was anderes machen hier noch. So, Beton nicht schon haben wir. Wir brauchen ein paar Stahlgerüste. Oh, so viele brauchen wir nicht. 100 Stück machen wir es gar nicht. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Was brauchen wir denn für Feuerpfeil? Genau das Fleisch hier. Da ist ja viel geiler. Da haben wir noch ein paar Schießpulver, Stofffetzen und Talg. Das müssten wir haben. Talg haben wir allerdings auch noch 11, na gut, können wir uns ja herstellen. Das war irgendwie so mit Tierfett und Talg. 50. Können mal hergestellt werden. Und dann Stofffetzen hätte ich auch schon gesagt. 11 könnte ich passieren. Na gut, dann mache ich aber schon mal 10 Stück. Talg geht ja gleich fertig hier auch. Okay. Ach, jetzt habe ich hier die. Da ist nochmal Zement ordentlich hier. Zack, wir machen gleich hier raus hier. Die Stahlgerüste. Zack. Die Schuhe anschmeißen. Gut. Habe ich die Stahlgerüste jetzt eingepackt? Ja. So. Zack, zack. Das sind alles da rein. Ich weiß gar nicht, die Rampen dringend braucht. Aber egal. Nehmen wir erstmal mit hier. Schuss? Oh, im Moment. Das ist total. Ich drefe die Stahlgerüste. So, als ich es schweige. Ja. Things weiter. Ich mache mich. 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 so von hier müsste ich jetzt muss ich das da rein ziehen mache ich das da gucken kann ich hier noch ich stück mir mal zehn stück So, plupp, plupp, plupp. Gucken, ich glaube, ich mach das. Zack, hier sehen wir uns hier. Hammer. Zack, ich schaue nicht, ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Das hat mir jetzt auch noch gefehlt hier. Boah. Der war falsch. Egal. Boah, der war auch falsch. Da wären immer mehr falsch rum, na egal. So, die erstmal. Oh, der Kiel. So. Das muss hier noch ein bisschen weg. Das muss hier noch ein bisschen weg sein. So, zack. So, ist das schon die gleiche Höhe hier? Ich glaube wohl, ne? Gut. Hm, zack. So, zack, zack, zack. Ich weiß wohl, ups, das wird mehr als reichlich eng. Und ich behaupte einfach mal, dass die doch garantiert zu dieser Horde nicht fertig ist. Aber wir machen noch das Beste raus. Ich hoffe, das war... Ah, Mann, ey, geht immer so ein bisschen weg. Dass wir möglichst viel bis dahin fertig haben. Und es ist ja heute möglichst schwer zu machen, ne? Das sieht ja cool aus mit meinen Bäumen nach hinten, die ich gepflanzt habe. Hm, zack. Oh, ich dachte gerade, da kommt eine Schreitung dran, denn... Ich will hier fast auch wetten, dass heute sowieso noch eine kommt. Aber meistens... Oh, quatsch. Mal wieder neu, wo wir hier jetzt... So, zack. Und da ein rein. Und... Einmal schnell hier. Eben schnell, äh... Ja. Können wir schon mal rausnehmen. Verstärkte Zugbrücke. Geschmiedetes Eisen. 100 Holzschraumpfeder. Mechanische Parts. Geschmiedetes Eisen. Nicht schon mal herzeln. Dann kann auch schon mal herzeln. Oh, dass es wenig ist. Wird knapp auch wieder was zu wenig ist. Ist egal. Machen wir nach. Was? Kann ich erzählen, ne? So, da sitzt sie dran. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs. Zwei. 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 Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ach Quatsch, blöd sind was ich hier schon mehr mache. Es läuft nicht so, wie es soll. Und ich müsste auch noch eine Menge Spitzen normalerweise hier stellen, ne. Das zieh ich schon mal wieder mit, äh, dann hier Pong-Mischung erstellen. Okay, so und dann, ach so, brauche ich noch, ich habe auch noch Eisen drinne, Eisen links ist da auch drinne, Stahlgerüst, zack, fertig. Also Papier ist auch fällig, dann können wir hier unten einmal, Flint-Munition, Papier, Schießpulver, Gruber, Stahlgerüst. Haben wir hier aber noch drinnen, ne. Zack, 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 so, muss reichen. Flint-Munition, zack, herstellen. So, das da mit her. Schießpulver kann da Eisen mit hin, das Eisen kann ihm einmal rein. Lass Pong jetzt mal hier hin, da geh ich heute nicht mehr hinterher. Talg, 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 zack. Dann könnten wir hier Feuerpfeil, Feuerpfeil, Schießpulver, ach so, Schießpulver muss ich hier rausnehmen. Feuerpfeil, 51 Stück, 50 herstellen. Gut, dann kommt, ne, was pack ich, glaube ich, hier mit rein. Für Waffenherstellung. So, geschmiedetes Eisen, wie viel haben wir da jetzt? 91, fehlt noch ein bisschen. 12 Stück, das ist gut, das war ein. Schießpulver, quatsch, kann da jetzt mal wieder rein. So, Benzin pack ich hier auch jetzt mal wieder rein, brauche ich im Moment auch nicht. Die Stofftreppen können da auch rein. Das Pagliau ist mir beides hier rein, die muss ich demnächst mal einpflanzen. So, da wird nur Emotion hier gestellt. Wir marschen jetzt Zement. Da ist das geschnallte Eisen, Zement und Stahl gerüst. Stahl gerüst. Oh, nicht viel, aber egal. Punkt, da ist auch viel voll ausgegangen. Okay. So. Wie ist das mitgegangen? Nee. Okay. Ich bin schnell hier. Ich bin schnell hier. Und hier. Und hier. Und hier. Wer ich besser da einstellen können, ne? Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Wollte ich alle Zugrücker anstellen. Hm, viel Dank. Ich glaube, ich habe es schon mal. Ich habe es, ne? Ich habe es schon. Zement, Munition. Zack, fertig. Und die Feuerpfeile. Zack, fertig. So. Das wieder rein. Geschmiede Eisen kann jetzt mal hier mit rein Gut, so Jetzt können wir halt Wir machen, stellen jetzt gleich da noch ein paar von Anboree schon hier sind, Stahlgerüst Dann sind wir fertig Ihr Lieben Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Die letzten Vorbereitungen Für die Horde Bis dahin ist mein Ciao, ciao